Hallo auf YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Visage-Folge. Ich habe gerade auf Ruhmeshalle gedrückt im Menü und bin auf einmal hier. Und ich bin jetzt viel zu neugierig, um nicht nachzugucken, was das halt ist. Hä? Hä? Sind das die Entwickler vielleicht? Wieso? Was? Wieso? Basement Key, aber warum? Du hast ein Blatt Papier gefunden, auf dem eine Reihe von Namen aufgelistet sind. Seltsam. Es könnten tatsächlich... Oder Kickstarter vielleicht? Hat der Visage einen Kickstarter? Dennis? Was ist denn Dennis wert? Okay. Ah! Das sieht so ganz komisch aus. Boah, wie er aussieht vom Weiten. Boah, ist das mies gemacht. Warte mal. Oh. Auf der Namen. A Credits aus. Ich könnte... Hä, die... Warte mal. Hä, warte mal. Das ist doch... Ne, so leihe ist das nicht, ne? Das sieht so aus. Hä? Hä? Das ist denn hier auswärtig. Boah, guck mal. Boah, wie krass das gemacht ist. Boah, ich geh mal wieder ran hier. What? Okay, warte. Ich muss Licht hier anmachen. Ich will es sehen. Ich kann es hier nicht sehen. Guck dir, Anna. Es fehlen immer noch einige Seiten. The Book of Appretion. Es könnten aber... Eiten. Sag mal. Hä? Es sieht aber wirklich genauso aus, ne? Was soll das? Das kann aber nicht so leihe sein. Und wenn? Wieso hält das so leihe und nicht ich? Nein, aber der sieht, glaube ich, nur genauso aus. Aber das ist ja... Dieses Gesicht kenne ich. Es ist furchtbar. Okay, komisch. Alles sehr, sehr komisch. Hier haben wir einen... Einen nackten Po. Okay. Gut. Also hier werden wir... Auf jeden Fall... Oh, es ist ein Grab, glaube ich, ne? Hier werden wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Äh... 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 Äh, Elflin, die Aufnahme habe ich gestartet vor, ähm... Eine... Äh, 3 Minuten 29, 3 Minuten 30 jetzt. Dankeschön. Ähm, auf YouTube nochmal meine... Meine Mods helfen mir gerade ein bisschen. Äh, die Elflin macht, glaube ich, gerade die Liste, so eine Schnittliste, damit ich immer gucken kann, äh... Wenn ich irgendwie in der Pause bin oder so, dass ich das für YouTube dann rausschneiden kann. Oder wenn irgendwas Besonderes passiert, z.B. für Thumbnails oder so. Das ist immer sehr, sehr hilfreich. Auch wieder... Aber das heißt ja, es müsste hier irgendwo... Wie heißt so leider denn? Soll... Ei? Oh mein Gott, da hat die Klappe! Was rede ich denn da für Quatsch die ganze Zeit schon wieder? Geh mal hier. Boah. Hier auch wieder. Alter, diese Effekte sind sehr krass. Es fehlen immer noch einige Seiten. Okay. Ich glaube, äh... Ich glaube... Das können wir später noch machen. Nur... Wo muss ich jetzt... Hä? Ich... Ich... Ähm... Ich verstehe gerade nicht. Kann ich jetzt hier gar nicht weg? Weil... Das ist die Ruhmeshalle. Das heißt doch eigentlich... Ich kann hier... Also es fühlt sich an oder... Ja doch, es fühlt sich so an als... Alter, was ist das hier? Ich will Visage spielen. Was ist das für eine kranke Scheiße? Ich will Visage spielen. Das ist ein Märchenspiel. Da macht... Hä? Passe mal ganz kurz. Waren die schon die ganze Zeit hier? Das wirkt so, als würden die jetzt erst alle auftauchen. Und es gibt zwei, die sind noch nicht ganz... Okay, da sind wahrscheinlich die Beine da unten. Kann ich auch schon laufen? Hui! Versuchen. Also wir werden es auf jeden Fall am Ende nochmal machen. Ich muss glaube ich wirklich ins Hauptmenü nochmal. Wir enden uns zurück ins Hauptmenü. Annehmen. Und jetzt starten wir weiter mit Visage. Ganz kurz, wir haben aufgehört. Da mussten wir die Bilderrahmen suchen. Wir könnten aber auch theoretisch ein Kapitel anfangen. Und zwar das mit dem Kind. Weil wenn wir das nämlich durchhaben... Und das fand ich auch ganz furchtbar. Wenn wir das durchhaben, das war kürzer als Dolores. Dann würden nur noch die neuen Kapitel kommen. Und ich glaube das, was wir gerade haben, ist wirklich so zwischen den Kapiteln. So vielleicht so ein Hauptstory-Strang irgendwie. Und ich hab... Oh Gott, ich dachte schon, ich stehe jetzt irgendwo. Er ist auch schon wieder im Back. Und ich glaube es... Ich glaube es wäre ganz cool, wenn wir das machen würden. Wenn wir das Kapitel mit dem Mädchen spielen würden. Ich weiß nicht, da gab es... Da war das mit dem Fotoapparat. Oh, das fand ich ganz furchtbar. Ich würde es gerne hinter mich bringen. Ich versuche nicht zu sehr, den Chat natürlich zu lesen. Aber ich mach mal so. Und da steht Lucy, genau. Ja, Lucy, bitte. Da sind die Leute eindeutig dafür. Weil dann können wir danach wirklich nur... Was war da gerade da unten? Uns auf die neuen Sachen... Ja, ähm... Konzentrieren. Und ich weiß natürlich sofort, wo es hochgeht. Ja, stimmt, hier geht es hoch. Weil... Das ist ja hier, die... Die Tür werden, glaube ich. Weil... Wobei, eine Sache... Eine Sache hätten wir noch, die mir ein bisschen Sorgen macht. Diese schwarzen Dinger da oben, ne? Ähm... Ich hab Angst, dass ich nach dem Lucy-Kapitel vergesse, dass ich das mit dem Bilderrahmen machen musste. Da muss mich leider der Chat daran erinnern. Was krieg ich bestimmt heute noch durch? Ich würd's echt gerne durchziehen. Okay, irgendwie kacke ich mich grad voll ein. Weil ich jetzt weiß, ich spiel wieder Visage. Okay. Gegenstand aufnehmen. Gefunden Panda-Bild. Lagern. Lucy's Kapitel. Ein heimtückischer Freund. Was haben wir im Menü? Oder Videokassette, das... Oh, okay. Gut, Lucy. Dann, äh... Wollen wir doch mal, ne? Ah, shit. Here we go again. John and me. Kann ich springen? Nee, warte, warte. Kann ich auf dem Bett vielleicht? Da sind sie eine glückliche Familie. Mutter, Vater, Sohn und Schwester. Da fahren sie alle glücklich Auto. Und da läuft sie auf einen Regenbogen. Oh nein, ich hab... Oh ja, ja, okay, ja, ja. Ich hab fast vergessen. Okay, alles klar. Das Lucy Kapitel ist so gemein, ne? Und das ist... Klopf, klopf. Und er klopft auch. Klopf, klopf. Stimmt so, war das? Oh Gott. Oh mein Gott. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Nein! Ich kann es mir nicht angucken. Gute Nacht. Okay. Okay. Chill. Mr. Cat. Aha. Ja. Ein normales Kinderzimmer. Was war das? Was war das gerade? Okay. Alles gut. Guten Tag. Alles gut. Jetzt ist hier ein normaler Wandschrank. Und hier ist ein normales Schlafzimmer. Hallo. Okay. Wow. Ich bin heute so super schreckhaft. Merke ich gerade. Ich bin voll schreck... Äh. Äh. Okay. Ich spiele... Ich spiele einfach mal weiter. Ach ja. Oh Gott. Ein Handabdruck. Schön. Schön. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Unangenehm. Das ist aber sehr unangenehm. Warum bin ich denn heute so schreckhaft? Oh mein Gott. Ah. Hallo. Es wird gespeichert. Oh nein. Warum? Oh. Die ist aber schön da unten. Scheiße. Okay. Mir geht es gerade nicht gut. Ich stelle mich mal hier hin. Oh. Ist das schön warm. Äh. Tabletten nehme ich gleich mal mit. Okay. Ich muss noch ganz kurz Tabletten nehmen, um aus dem Schlafzimmer zu machen. Ah. Was ist auf einmal los? Oh. Ich bin heute mega schreckhaft. Oh nein. Heute ist so ein Tag. Rein damit. Alles cool. Wir kriegen das hin. Ich brauche übrigens ein Feuerzeug oder eine Kerze. Ein Feuerzeug oder eine Kerze. Das ist wirklich richtig gut. Wenn man davon noch... Oh. Oh. Weiß nicht, wozu das gut ist. Aber ich werde es auch nicht zu 100% glaube ich durchspielen. Oh. Ich war auf der Schubladen. Ich bin eine Schublade geworden. Ich war ja komisch. Das fängt halt schon wieder an. Ich bin doch im Hellen. Ich bin doch im Hellen. Chill mal. Release your inner Hoden. Kann ich da wieder nur sagen. Wir werden es tun. Wir werden es tun. Oh. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Nein. Ich dachte, wer ist an? Hör auf. Dann ist es eigentlich das Lucy-Kapitel, was wir nicht mehr... Zu schaffen war. Oh. Ja. Stimmt. Da war er noch. Oh Gott. Ja, stimmt. Lucy. Lucy. Oh nein. Wo ist das denn nur? Oh Gott. Lucy, warum? Warum? Ich weiß, wo ich... Ja, ja, ja. Ich verstehe schon. Ich verstehe, wo du willst, wo ich hingehe. Aber ich muss... Ich brauche ein Feuerzeug. Oh, danke schön, dass schon die Tür auf ist. Das ist wirklich sehr nett von euch. Ich habe keine Feuerzeuge mehr. Ich bin eine Taschenlampe. Oh. Hatte ich das letztes nicht mitgenommen? Warte kurz. Da war noch mal irgendwo... Ne, okay. Ähm. Ich werde bestimmt unterwegs irgendwo ein Feuerzeug finden. Mal. Scheiße. Ich war gechittert bei dem Oma-Kapitel. Das ist unfassbar. Ich finde auch immer noch, hier ist irgendwas. Jetzt soll ich vielleicht mal gegenhauen. Aber es ist wahrscheinlich auch nur ein weißer... B-B-Bilderrahmen. Ich habe wirklich kein Feuerzeug, ne? Ne, habe ich nicht. Oh Gott, okay. Oh, jetzt soll ich... Ach. Ach. Ah. Okay. Lucy! Oh! Oh. Ich habe richtig harte Gänsehaut. Ich habe richtig harte Gänsehaut. Ich weiß nicht, warum ich das diesmal so... Ja, ich weiß. Ich muss dich mitnehmen. Da hinten steht sie. Oh Gott, mir geht's gar nicht gut. Mir geht's einfach gar nicht gut. Und irgendwie wird's auch nicht besser gerade. Okay, warte, Lucy. Ich speichere trotzdem mal eben. Kann ich nicht, natürlich. Hm. Danke, Lucy. Vielen Dank. Nein, nimm das mit. Oh Gott, der war leer. Das war schon wieder leer. Scheiße. Ist der wirklich schon leer? Ah, weg mein Scheiß-Gehirn, weg mein Scheiß-Gehirn. Ich habe keine Tabletten, ich habe keine Tabletten, ich habe keine Tabletten. Oh, ich gehe hier rein. Tabletten, Tabletten irgendwo. Nein! So gemein, was du... So scheiße gemein, was du machst. Oh, keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Geh kacken, Lucy. Geh kacken, bitte. Ich gehe aber ganz schön schnell hier bei dir. Boah, ich hatte ja gar keine Zeit für irgendwas. Oh nein, da oben geht wieder die... Da oben geht wieder die Lucy ab. Okay. Alles klar, alles klar. Boah, das... Okay, mit den Gehirntabletten, das ist ja... Ich muss mich richtig hart beeilen hier. Okay, nicht wundern. Ich mache jetzt echt ein bisschen schneller. Oh, natürlich, ja. Ich mache jetzt echt ein bisschen schneller. Hallo? Ist hier auf einmal so ein Bilderrahmen? Willst du mir das zeigen? Das? Das? Okay, ich habe schon gesehen, ja. Warte. Okay, ja. Willst du, dass ich hier rein... Okay, ja. Oh, ich habe es hier rein. Was ist hier rein? Was ist hier rein? Ah! Oh, Entschuldigung. Ah! Oh, das Kapitel ist irgendwie voll unangenehm. Warum war das? War es immer so unangenehm? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es so unangenehm war. Oh ja. Oh ja. Lucy! Hallo! Hier bin ich! Lucy! Oh, Lucy, das ist aber nicht schön. Was ist denn hier los? Oh. Warte. Haben die was gemacht an dem Kapitel? Ah. Ich erinnere mich. Schuld. Die Schuld. Die haben irgendwas gemacht. Das war regulär nicht so krass. Ich kann mich nicht rein ehren, dass es so krass ist. Irgendwas wurde gemacht. Finde ich. Ihre Stofftiere. Und ich habe noch gerade so eigentlich gedacht so, ja, vielleicht kann man ja doch das Lucy Kapitel noch ein bisschen übrig lassen, weil da weiß man ja, was auf einen zukommt. So ein bisschen zum, wenn die ganzen anderen Kapitel jetzt so schlimm werden, die neuen, kann man sich das, kann man das zum Chillen halt benutzen, wenn man so einen Chillstream eher machen will. Nein. Da hinten der Riesenpanda-Bär. Eos, Annie, wenn du da bist, ne, du darfst es hier nicht gucken, ne? Ja. Willst du nur sagen, dann bin ich wieder dabei. Du sollst dich richtig schön einscheißen. Ja. So, jetzt kann ich den Eos-Annie erstmal wieder nicht, äh, meinen guten Tag. Ähm, jetzt wieder nicht, äh, 20 Tage besuchen. Muss so lange immer warten, bis das, äh, vielleicht ein bisschen vergessen hat. Jetzt kriege ich Ärger. Ähm. Ich weiß nicht, warum ich fotografiere. Baumhaus. Das ist aber so ein Part, den fand ich irgendwie, den finde ich eher so faszinierend gemacht, äh. Meine Erinnerung ist aber auch nicht mehr, also das hier außen. Meine Erinnerung ist nicht mehr so, ich glaube, ich bin irgendwie rumgeirrt. Ich, äh. Gehen wir hier hoch, ne? Okay, warte, das machen wir sofort. Okay. Okay. Ich bin Lucy. Der Fernseher sagt, hallo Lucy. Ich will dein Freund sein, Lucy. Sagt das Radio. Aus dem Fernseher kommt ein Geschöpf, während sie gerade spielt. Warte mal. Ja. Okay, warte. Machen wir es noch nicht. Dann ist Lucy aber sauer, weil die wollte ja spielen. Dann kommt dieses Wesen und sperrt sie in das Haus ein. Pico. Da ist ein Vögelchen in einem Käfig, der sehr nett aussieht und sie wird jetzt von dem Wesen wohl gefangen gehalten. Und dann ist der Vogel weg. Die Mutter beschwert sich und sie sagt, ja, der Freund, der Freund hat das getan. Und dann hat der Freund ihr die Spritze in den Armen. Geht da hin? Das ist nicht so, Lucy. Oh. Deine Eltern wirst nicht verstehen, Lucy. Nur Sie können sie verstehen. Geh rein, Lucy. Geh rein, Lucy. Geh rein. Geh rein, Lucy. Geh rein, Lucy. Geh rein, Lucy. Geh rein. Geh rein, Lucy. Lucy. Ich weiß nicht, wie. So laut gerade. Ich habe es voll laut gemacht. Wahrscheinlich ist es deswegen heute so krass. Sehr laut. Oh nein, ja. Oh Gott, ja. Ich erinnere mich. Ja, schöne Lichtquelle hier übrigens, ne? Das war es dann aber auch schon. Jetzt müssen wir Kerzen suchen. Da, guck mal. Die Lichtschalter sind überall ab. Die Lichtschalter sind überall ab. Äh, war die schon immer da? War die schon immer da? Oh Gott. Die Lichtschalter sind überall ab. Bisschen zu lange im Tuch. Oh fuck. Ich wollte dich auch gar nicht nehmen. Ich wollte dich aufmachen. Okay. Okay, Lucy. Okay, Lucy. Ist alles klar. Komm, alles klar mit dir. Alles klar, Lucy. Alles super. Vielen Dank, Lucy. Okay, Lucy. Da gibt es ja noch einen anderen Weg. Zum Beispiel der Speicherweg. Oh Gott, ich muss Medikamente... Medikamente unbedingt. Okay. Ist das ein neues? Oh. Ich komme hier nicht weg. Hä? Wieso komme ich hier nicht weg? Ich komme hier nicht weg. Hä? Okay, das ist irgendwie komisch. Ich komme hier wirklich nicht weg. Ist das so gewollt? Ist das so gewollt? Ich bin hier auch nochmal mit. Ist das so gewollt? Ich finde das nämlich ganz schön scheiße hier gerade. Hey, da wurde's kurz hell! Okay, warte. Da wir das hier wohl nicht mehr brauchen. Achso, kann man auch fallen lassen. Schön. Und den Kompass, dass ich auch mal nicht fallen. Der Kompass ist übrigens gleich, glaube ich, im... Was? Was habe ich jetzt genommen? Oh, eine Kerze? Okay, ich glaube, ich habe einen Bug. Ich glaube, ich habe einen Bug und ich kann nichts sehen. Ich muss aber sowieso noch mal ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich muss das nämlich für YouTube dann... Warte mal. Ich muss das auf YouTube nämlich mal mit Premiere ein bisschen höher machen. Damit wir später ein bisschen mehr sehen, wenn das gerade nicht so aussieht. Die steht da neben mir! Die steht da! Der tut da im Kopf! Habt ihr das gesehen? Habt ihr den Kopf gesehen? es gibt da! Alter! Das geht gar nicht! Das geht nicht! Ich muss die ganze Zeit Pillen nehmen in den Kapitel. Das ist ganz furchtbar. Und ich muss jetzt schon gucken, dass ich irgendwo ein neues Feuerzeug herkriege. Oh Gott, warte. Natürlich auch wieder leer. Muss ich wohl halt rein. Oh, meine Güte. Oh Gott. Alter, ist durch. Hallo? Oh! Stell dir unter die fucking Loppe. Oh oh. Ich muss hier speichern. Aus Gründen. Ich muss aber ganz kurz... Oh Gott. Das fängt halt wieder an, ne? Ich darf nicht. Wow, super. Weißt du was? Wir ziehen das jetzt durch richtig hart. Jetzt ziehen es richtig durch. Okay. 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 Scheiße, ich weiß nicht mehr auf. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Da kam ich eher, ne? Oh, ein Feuerzeug. Da kam ich eher. Ich muss doch hier lang. Oh Gott. Ich renne einfach, ich renne einfach. Scheißegal, ich bin... Ah! Oh ja, stimmt, ja. Ich hab's vergessen. Scheiße, fuck. Fuck. Voll zu easy. Ich hab kein Licht. Warte. Ich muss hier erst mal in sich halten. Oh! Laut! Laut! Okay. 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 Hm. Warte. Okay. Der kleine Schlüssel. Der kleine Schlüssel. Ja, ja. Okay. 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 Der kleine Schlüssel. Ja. Okay. Hm? Der kann ja nur irgendwo hier sein, ne? Der kann ja nur irgendwo hier sein, ne? Okay. Okay. Da kommt sie gerade. Ja, ja. Aha. Aha. Ja, vielleicht hier irgendwo. Hier irgendwo. Vielleicht. Der kann ich hier. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Okay. Okay. Oh Gott. Der kommt. Ja. 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 Okay. Papp, 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 papp. Oh my God. Da ist er, da ist er. Okay. Alles gut. Okay. Alles gut. Alles gut. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Du kriegst das irgendwie. Habe ich da schon geguckt? Habe ich schon geguckt? Habe ich schon geguckt? Habe ich schon geguckt. Ist hier gar nichts. Ist hier nichts. Ist hier gar nichts. Scheiße. Hier. Hier. Nein. Okay. Du kriegst das hin. Du kriegst das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Du kannst nicht volle Möhre durchgehen. Das hast du gerade gemerkt. Ja. Guten Tag. Da habe ich gemerkt. Habe ich mit mir selber. Okay. Alles klar. Das heißt, du kriegst das hin. Das ist nicht das erste Mal. Du wirst es hinkriegen. Oh mein Gott. Da ist sie ja schon. Ich werde hier jetzt sein. Oh, da ist sie da. Wie ist das? Okay. Du musst nur wissen, wo der Schlüssel ist. Da kannst du bei der zweiten Runde. Ich hoffe, der ist hier random versteckt. Schauen wir mal hier auf der Seite. Oh, da ist sie. Oh, das geht. 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 Manchmal ist die Augen zu und durch, sobald wir die Schlüssel hatten. Es war so, jetzt oder nie, ich muss es tun. Oh, das geht. Oh, das geht. Hast du hier gemacht? Ja. Oh. Okay. 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 Okay.